Boah, ist das schwer. Dann nehme ich lieber den Aqua Teulich von Alcock. 1026 Liter rein. Außerdem ist er akkubetrieben. Pro Akkuladung kann ich ihn 10 mal auffüllen. Es sind insgesamt 260 Liter, die ich verwenden kann. Der ist sehr gut für große Gärten und Friedhöfe geeignet. Man kann ihn leicht transportieren. Er ist auch sehr handlich. Ich zeige euch mal, wie er funktioniert. Man nimmt wieder den Gießstab ab, schaltet den Corpesso ein. Am Walmaring ist das Wasser in den Gießstab. Das kann man nicht sehen. Der Gießstab ist sehr lang. Man hat genug Schrauch, um zu einem zu kommen. Man kann ihn ganz schließen. Und dann, wenn er fertig ist, schaltet man den Kompressor aus und den Gießstab wieder ran. Man kann ihn so wieder nach Hause fahren. Ich werde das Wasser herbei aufhellen. Ich werde die Gießstab schaben. Und dann geht'st das Wasser. Ich werde es noch einmal aus dem Kompressor aus. Das Wasser muss mehr geschenkt, der Böckung zu versen. Du bist für die Gießstab. Du bist nicht nur so lange Maxi und den Kompressor aus. Ich werde es noch nicht mehr zu machen. Der muss noch nicht mehr zu machen.